Also, Marina, du machst den Countdown. Drei, zwei, eins, go. Einen schönen guten Tag, Galopp Deutschland. Hallo, Wetten, dass 20.21 Gemeinde. Verdammt lang her, dass wir uns mit Wetten beschäftigt haben in dieser Aktion, nämlich fast fünf Monate. Es war der 8. November 2020, der große Preis von Bayern. Und verdammt lang her, dass wir hier Leute feiern durften, die die 100 voll gemacht haben. Der erste war Klaus Allofs bei unserer ersten Wetten, dass Aktion. Der zweite war Lucien van der Meulen vom Dutch Master für Wetten, dass 2.0. Das war im Mai letzten Jahres. Und heute schauen wir mal. Und Stichwort verdammt lang her ist die Nummer 84 von unseren Teilnehmern, die heute bestimmt in Kölle richtig einheben werden. Ein großes Glas Kölsch auf Wolfgang Liedecken, der heute 70 Jahre alt wird und uns hier musikalisch vielleicht einen Tusch blasen wird. In dieser Stelle für verdammt lang her einen Gesundheitsgruß an Franz Rauch, der die French Connection letztes Mal gegründet hat und die Nachfolgerorganisation verdammt lang her leider aktiv im Moment nicht begleiten kann. Aber unsere Gedanken und Wünsche sind beide, lieber Franz. Mach es Jod, würde die Kölscher sagen. Und sieh zu, dass du bald wieder auf die Beine kommst. Und Marina, du hast jetzt diesmal sehr, sehr, sehr stark mitgeholfen bei der Aktion. War es viel Arbeit für dich? Wenn Arbeit Spaß macht, ist ja Arbeit gar keine Arbeit. Also von daher, mit euch zu arbeiten, was könnte man sich Schöneres wünschen? Vielen, vielen Dank. Und das ist nicht einstudiert gewesen. Das ist spontan. Lieber Guido, was haben wir eigentlich vorher erwartet? Bei welcher Zahl, hatten wir gedacht, können wir es wirklich schaffen? Also die 100 haben wir mal so plakativ rausgehängt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, von was sind wir ausgegangen? Ja, ich wollte erst noch auch nochmal einen verdammt lang Her-Satz sagen. Es ist nämlich verdammt lang her, dass du einen Sieger angesagt hast. Deswegen freuen wir uns jetzt schon, dass das so weitergeht dann ab nächsten Freitag. Und ja gut, man erwartet ja immer, dass, ich sage mal, dieses Wetten, dass, das ist ja letztendlich, ist das ja so wie so eine Art kleine Bazooka für den Rennsport, ja, um den Rennsport durch eine schwere Zeit wegen Corona zu begleiten und auch effektiv was zu erreichen, ja. Und im Gegensatz zu Olaf Scholz und Herrn Altmaier funktioniert unsere ja bisher, dass wir beim dritten Versuch natürlich immer ein bisschen skeptisch waren. Am Anfang sind die Leute zu wettmüde oder, naja, läuft sich das irgendwie so bei ganz harten 50 bis 70 Leuten aus? Aber die Solidarität im Rennsport, die lebt nicht nur, sondern, ich sage, den einen oder anderen, ein heißes Messer durch kalte Brach, mit anderen Worten, der Rennsport lebt. Ja, das kann man durchaus jetzt sagen. Also die 100, die gingen ja relativ easy, ja. Oder hast du das anders gesehen? Lass mir den, dein Eindruck. Du hast ja am meisten telefoniert, Christian, würde ich sagen. Du hast ja schon ein blaues Ohr, sieht man hier vom Handy hier, ja. Ja, das ist richtig. Aber viel telefoniert hat vor allen Dingen auch der Lars Willem. Lars Willem, erzähl von deinen Erfahrungen. Ja, gut, also das ist ja immer so. Wenn man was geschafft hat, dann war alles leicht. Zwischendurch denkt man, oh Gott, Absagen und Fragezeichen und schlechte Stimmung im Rennsport. Aber wir haben uns davon nicht aus dem Konzept bringen lassen. Marina, Guido, Christian, herzlichen Dank. Es war großartig wieder mit euch. Fast würde ich sagen, besser geht nicht, wie es dieses Mal gelaufen ist. Das muss man sagen. Es hat Spaß gemacht mit all diesen ganzen Imponderabilien, in denen der Rennsport sich momentan befindet. Der deutsche Rennsport will leben. Er hat das dritte Lebenssignal hier gesendet. Und ich denke, das zeigt, es gibt fröhliche Dinge. Mein Präsident Vespa hat gestern geschrieben, oh, das ist alles gar nicht so fröhlich gerade. Ich habe gesagt, wetten, das ist fröhlich. Hier kannst du Spaß haben. Hier kannst du mitmachen. Hier kannst du gewinnen. Hier arbeiten wir dafür. Aber er hat natürlich recht, die Umsätze des letzten Wochenendes zeigen, wir brauchen euch alle da draußen. Alle Konten müssen aufgefüllt werden. Und die 100, die wir gleich präsentieren werden, die sollen noch nicht die letzten sein. Ich möchte mehr. Wo ist denn unser Rekord bislang, Lars Willen? Ja, bei 118 hatten wir eine erste Aktion. Und der deutsche Rennsport kann auch mehr als 118 gebrauchen. Und deshalb, auch wer jetzt sich noch nicht angemeldet hat, wer immer noch zweifelt, wer immer noch keine Tipp-Gemeinschaft aufgestellt hat. Ich denke da zum Beispiel auch in meiner Familie gibt es noch Potenzial. Hör mir auf. Da holst du anrufen, Christian. Das mache ich jetzt. Nach der Sendung rufe ich ihn an. Danke, lieber Willem Baumgart. Wenn es gleich schält, nicht auflegen, rangeht. Ich bin es. Wir können auf jeden Fall alle noch einen holen. Also jeder, der jetzt hier dabei ist, kann noch einen bewegen. Ich bedanke mich da auch bei Philipp von Ullmann, der mir sehr geholfen hat in der letzten Phase, als wir die 90 gestreift hatten. Er hat einfach noch eine Idee gehabt. Jeder ist gefordert. Lasst uns gucken, dass wir einen Rekord hinlegen. Jede 100 sind 30.000 Wettumsatz plus pro Renntag. Und wir können jeden Euro gebrauchen, damit Pferderennen in 2021 in dieser schwierigen Lage mit Unklarheit zu Zuschauern stattfinden kann. Also alle nochmal sich motivieren. Christian, wir sind mittlerweile in drei Teams. Du sogar, glaube ich, in vier Teams dabei. Das ist natürlich in sechs Teams. Ja, okay. Und das heißt auch, wir haben hier noch Potenziale und die legen wir frei. Auf geht's, deutscher Galopp. Wunderbar. Vielleicht sollte man auch am Rand erwähnen, dass es auch mit Pferdewetten, den Wettanbieter 20% Einzahlbonus gibt im Rahmen dieser Aktion. Und da die Siegwette ja 15% Marge hat, also wer den Einzahlbonus direkt nutzt fürs ganze Jahr mit einer etwas größeren Einzahlung, kann vielleicht mehr oder weniger, auch wenn er Mittelgut wettet, das Jahr umsonst. An dieser Stelle erwähnen wir natürlich gerne auch alle anderen Wettanbieter, die diese Aktion unterstützen, durch Service, durch Kundenakquise, durch Punkteingabe und Punktpflege, die wichtig ist, damit wir nachher auch die Tabelle haben, um die Preise von Deutschen Galopp auch verteilen zu können. Da wird die Marina gleich noch kurz darauf eingehen und die auch durch Provisionsverzichten diese Aktion primär den deutschen Rennsport fördern, was das Wichtigste an dieser ganzen Aktion ist. Aber jetzt auf zur... Es ist ja dazu vielleicht noch ein Satz zum Provisionsverzicht. Wir haben da ja hier massiv alle geholfen, das hinzubekommen. Das ist ganz toll von Pferdewetten.de, von Wastebets, von German Toad, Wettstar. Das ist wirklich eine große Sache. Von One X Two und von... Wen haben wir noch vergessen? Haben wir einen vergessen? Ich glaube, da haben wir sie alle. Es ist eindeutig ein echter Dank an dieser Stelle, weil wir haben im letzten Jahr eine große Unterstützung gekriegt und die deutschen Rennvereine können dadurch in dieser Wetten-das-Aktion wirklich ein bisschen von dem aufholen, was sie durch Zuschauerverlust und Sponsorenverlust haben. Und dafür gilt mein Dank den Wettanbietern, die ja oft gescholten werden im Internet. Und ja, so viel zu diesem Thema. Um das in Zahlen zu greifen, wenn wir 100 haben, mal 9.600 Euro, sind wir bei 960.000 Euro, bei ca. 25% Marge für die Rennvereine, auf die sie keine Provisionen zahlen müssen. Sind das eine Viertelmillion Euro, die direkt im Rennsport hängen bleiben. Nicht bei den Rennvereinen, die benutzen das, um damit die Rennpreise zu finanzieren, die wiederum den Züchtern, den Besitzern, dem Stallpersonal und den Trainern und den Reitern helfen. Also ein dickes Dankeschön von uns Vieren an euch da draußen und an die Elfer, an den Wettvermittlungskasten. Jetzt aber, lieber Florian, gib uns ein Szenenbild und zeig uns, wo wir jetzt hinschalten. Wir brauchen jetzt eine Einblendung. So, da ist eine Einblendung. Wir sehen ein grünes Geläuf. Und jetzt stellt euch mal vor, auf dieser Rennbahn werden seit 1907 Pferderennen veranstaltet. Es ist eine städtische Rennbahn. Und auf einmal sagt die Stadtverwaltung dem Rennverein, nö, du, ab jetzt machen wir hier mal kein Pferderennen mehr. Wir wollen hier Häuser bauen. Die Stadtverwaltung ist letztlich die Verwaltung der Stadt und die Stadt ist die Summe aller Bürger einer Stadt. Die Bürger dieser Stadt sagen aber, nein, liebe Stadtverwaltung, wir sind dagegen, dass ihr Häuser baut. Wir wollen diese schöne Rennbahnen erhalten und natürlich auch Pferderennen weiter abhalten. Die Stadtverwaltung sagt aber, uns doch egal, was ihr, liebe Bürger, deren Vertreter wir sind und deren Vermögen wir machen möchtet. Wir sagen euch, ihr dürftet keine Rennen veranstalten. Jetzt kommt mal meint, das Ganze ist Satire oder Zynismus oder zumindest Quatsch-Comedy-Club. Nein, das ist Realität. Und wir begrüßen jetzt im Bild Andreas Sponnbiel von der Bürgerinitiative in Bremen. Andreas, einen herzlichen guten Tag, schönen guten Morgen und Glückwunsch. Ihr seid die Nummer 100 bei unserem Wettbewerb. Ja, super, das freut uns, dass ich hier grüße und ärgerlich bin. Und wir freuen uns hier auch. Wie heißt euer Team und euer Motto? Ja, unser Motto ist Bremen lebt und das Motto ist natürlich auch das Ziel, am 12.9. hier in Bremen den Renntag zu bekommen und überhaupt auf diesem Gelände Leben reinzubekommen. Und dafür kämpfen wir mittlerweile schon seit fünf Jahren und wir hoffen, dass es nicht noch weitere fünf werden. Du kämpfst aber nicht alleine, du hast noch Verstärkung. Das ist kein Ego-Shooting, was du machst, sondern diese Initiative ist sehr, sehr, sehr breit aufgestellt in Bremen. Nicht nur mit 55,88 Prozent am 26. Mai 2019 so entschieden worden, sondern du hast tatsächlich tatkräftige, auch personelle Unterstützung. Kannst du uns da jemanden nennen? Ja, also bei unserer Aktion Bremen lebt, ist noch aus dem Rennverein natürlich Pavel Wurtschenko dabei, Thomas Marun und auch Tonja Rogge. Wir haben auch noch ein, zwei weitere, die wir noch vorstellen. Aber hier heute, weil ich das wichtig finde, ist noch dabei und die kommen auch gleich ins Bild. Walter Kind vom Pferdesportverband. Wir haben da ein ganz enges Verhältnis, dass man hier auch zusammen steht in Bremen. Und weil hier an der Städte natürlich das Heimspiel immer das Hotel hat, ein wunderbarer Ort, das Atlantik Hotel Galopp Rennbahn, der Direktor Stefan Kohlhase. Ich würde mal sagen, ihr holt die beiden oder ich hol sie gleich mal ins Bild. Zeig sie uns, genau. Ja, hallo. So, das ist Walter Kind. Einen schönen guten Morgen nach Bremen aus München. Pferdesportverband Bremen, das umfasst was? Reiten, Dressur, Springen? Genau, das umfasst das. Wir haben hier in Bremen 42 Reitvereine und Pferdebetriebe, die sich nur mit Freizeitsport, Turniersport, Dressur, Springen und Geländereiten befasst. Die kann man doch wunderbar auch auf der Rennbahn beschäftigen, oder? Ja, das ist unser Anliegen schon seit vielen Jahren. Wir haben enge Kontakte immer zum Rennverein gehegt, um hier im Innenbereich der Bahn Sport treiben zu können. Bisher war das immer durch eine Golf Range belegt. Das hat sich jetzt aber ja mittlerweile alles verändert. Und nun sehen wir die Chance hier, gemeinsam mit dem Rennverein diese Fläche schön beleben zu können für unseren Pferdesport. Dafür drücken wir alle Daumen von Gesamt-Galopp-Deutschland. Obwohl wir natürlich die Galopper-Brille aufhaben, freuen wir uns über alle anderen Pferdesportlichen Aktivitäten. Denn ich glaube, die eine Sportart zahlt auch immer auf die andere ein, auf die Popularität. Und vor allem auf das wunderbare Geschöpf Pferd. Dürfen wir auch den Herrn vom Atlantik-Hotel noch sehen, den lieben Stefan Kohlhase. Ja, schönen guten Morgen und ja, herzlich willkommen. Ich darf diesen Ausblick hier, den wir jetzt genießen, jeden Tag aus dem Büro heraus genießen. Und ja, wir vermissen auch den Galoppsport. Wir vermissen die ganzen Besucher, die hier kommen, weil das Hotel, das heißt Atlantik-Hotel an der Galopp-Rennbahn. Und die Galopp-Rennbahn ist noch da, nur die Pferde sind weg. Und wenn die Pferde nicht da sind, sind die Besucher nicht da. Und unsere Stärke ist ja auch Gastronomie. Also hier und da mal ein Bierchen verkaufen oder eben auch in der Turf Lounge ein paar tolle Gerichte den Gästen anbieten. Das fehlt uns natürlich jetzt seit inzwischen drei Jahren. Das heißt praktisch gefragt, ihr habt die ganze Infrastruktur stehen, aber ihr könnt im Moment gar nichts dort machen. Naja, wir haben Hotelbetrieb. Ja, im Moment natürlich Corona-bedingt ohne Privatreisen, ohne Touristiker, ohne Sportler. Aber für den paar Geschäftsleuten, die wir jetzt im Moment hier unterbringen und die Tagungskapazitäten, die großen, die wir haben, die können wir nicht vollumfänglich ausspielen. Und daher warten wir natürlich auf den Schalter, der umgelegt wird. Und die Räume sind da und wir können sofort loslegen, natürlich. Dann drücken wir dafür die Daumen, dass die verschiedenen Bremer Institutionen, ich habe einiges gelernt gestern, es gibt die ZZZ, die Zwischenzeitzentrale, es gibt ein Regionalausschuss Rennbahngelände. Also Organisationen unterhalb oder innerhalb des Stadtverbandes, die sich alle, glaube ich, zumindest mein Eindruck, ganz weit weg aus dem Süden gegenseitig auf den Füßen stehen und euch letztlich die ganze Initiative und auch den Hotelbetrieb daran hindern, aus dieser Anlage tatsächlich mal was zu tun. Für Bremen, für die Bremer und damit für diejenigen, die mit 55,88 Prozent, in Worten, 55,88 Prozent dafür gestimmt haben, dass dort nicht gebaut wird, aber aktuell ausgebremst werden. Vielen Dank, lieber Stefan Kohlehase. Dürfen wir den Andreas noch mal kurz im Bild haben? Ja, gerne. Ciao. So, dann bin ich wieder. Hallo. Andreas, wie geht es Ihnen jetzt weiter bei euch da? Du hast gesagt, Renntag, 12.9. ist geplagt. Ja. Was können wir tun, damit der Renntag stattfindet? Ja, ich glaube, das, was man immer tun kann, ist einfach der Support. Einfach immer wieder das Gefühl geben, dass der Standort hier in Bremen wertgeschätzt ist, dass man ihn braucht, dass er einfach dazugehört. Und was wir tun können, ist auch klar, wir werden weiter werben für eine gemeinschaftlich genutzte Fläche auf der Galopprennbahn, dass wir viele, gerade ganz tolle Events, neben dem Galoppsport, dem Pferdesport, aber auch eben die Vereine, die wir hier vor Ort haben und über Events, ganz viele Dinge tun, die so eine Galopprennbahn mit ihrer Struktur in Bremen sich anbietet. Ihr habt da am Wochenende im Weserkurier einen Artikel gehabt, in dem es an Vorschlägen nur so wimmelte. Ja, da waren viele Vorschläge. Wir haben ja viele Treffen im Vorfeld gehabt mit verschiedenen Initiativen und auch Vereinen. Und wir haben einfach gesagt, nach dieser langen Zeit, wir müssen jetzt nach vorne gehen. Das kommt auch nicht überall gut an, aber das ist am Ende ja für uns entscheidend, dass wir dem Bürger verpflichtet sind. Diese 55,8 Prozent, diese 30.000 Unterschriften, die wir gesammelt haben, da haben wir einen Eindruck gewonnen. Und dieser Prozess, der auch schon sehr lange dauert, der muss auch irgendwann zu einem guten Ende geführt werden. Und ich kann auch sagen, wir werden definitiv auch nochmal nach vorne gehen und werden versuchen, über einen Kompromiss hier einen Weg zu finden, dass am Ende diese Fläche, wie wir es auch gesagt haben, gemeinschaftlich genutzt wird. Und dazu gehört aus unserer Sicht die ganze Bandbreite auch des Pferdesports. Wunderbar, Andreas. Das Wort Gemeinschaft ist auch genau das, an das wir hier appellieren im Deutschen Galopprennsport. Ihr spannt den Schirm noch sehr viel weiter auf andere Sportarten, nicht nur im Pferdebereich, sondern querbeet durch alles, was Bremen bietet und was Bremen fasziniert. Wir drücken euch alle Daumen, finden euer Motto, Bremen lebt, ist perfekt gewählt. Gratulieren euch dazu und hoffen, dass die Nummer 100 nicht der Platz ist, den ihr am Ende der Challenge belegt, sondern gerne eine Null weniger oder gerne auch zwei Nullen weniger. Drücken euch dafür alle Daumen und Grüße bitte ans ganze Bremer Team. Und wir hoffen, da im Hintergrund in ziemlich genau, was haben wir denn, Anfang April jetzt, in fünf Monaten und zwei Wochen Pferdelaufen zu sehen, am Renntag, am 12.9. in der Thema-Fahrt. Lieber Andreas. Das wäre ganz toll, ganz toll. Alles Gute. Wir bedanken uns nochmal, das ist für uns eine ganz tolle Sache und guckt euch den Ausblick an. Es ist schade drum, dass diese Fläche brach liegt. Ganz traurig. Ja, das kann man wohl sagen, ja. Alles Gute, ihr Lieben. Okay, und Klo, Hals und Bein. Hals und Bein für Bremen, meine ersten Pferde, die ich besessen habe, standen mit meiner Familie zusammen in Bremen. Ich war oft dort, habe viele Morgenarbeiten dort gesehen und ich hoffe sehr, dass ihr da erfolgreich seid und ihr an meinem 50. Geburtstag dort Pferderennen veranstaltet. Ja, jetzt kann ja nichts mehr schief gehen, oder? Da gibt es dann einen Lars-Willem-Baumgarten-Preis für sieglose 50-Jährige. Auf jeden Fall. Ihr Lieben, also danke euch, tschüss nach Bremen. Jo, danke und dann viel Spaß noch. Danke euch. Bremen lebt und hoffentlich nicht nur Bremen, sondern der gesamte deutsche Galopp-Frenzsport. Lars-Willem hat es eben auch so schön zusammengefasst, unsere Erfahrungen aus dieser Aktion. Liebe Marina, nachdem wir jetzt 100 haben und Lars-Willem gesagt hat, wir müssen die 119 erreichen, um den Rekord aus der 1.0-Aktion zu steigern. Wir haben noch eine Aktion, die wir noch ein bisschen pushen wollen hier. Marina, erzähl uns doch was zu der Trainer- und Jockey-Wett. Danke, das mache ich gerne, Christian. Beim letzten Mal haben wir schon angerissen, worum es geht. Wir möchten wieder unsere Aktiven, die Trainer- und Jockeys, naja, so ein bisschen motivieren, gerade in den Rennen, die wir dann je Sonntag als Vierer-Wettrennen haben. Das entscheiden ja primär wir zusammen mit dem Rennverein. Und jetzt hat der liebe Florian das gerade eingeblendet. Wir wollten euch heute einfach gerne mal die Punkte-Regierung vorstellen. Es gibt für jeden Starter einen Punkt. Das heißt also, bitte Starter für die Vierer-Wettrennen. Jeder Starter lohnt sich schon, denn es gibt schon mal einen Punkt für die Punkte-Wettrennen. Und dann haben wir uns entschieden, fünf Ränge nochmal extra zu bepunkten. Und das passiert dann so, dass der fünfte Rang zwei Punkte bekommt, der vierte drei Punkte, der dritte Rang bekommt vier Punkte, der zweite Rang fünf und der Sieger bekommt zehn Punkte. Also in dem Fall der Sieg-Jockey und der Sieg-Trainer. Sodass wir am Ende wieder 7.777 Euro für die ersten drei Ränge der Gesamtwertung nach dem 7. November verteilen dürfen. Und darauf freue ich mich ganz besonders, denn wie wir alle wissen, hier macht es richtig Spaß. Und hier hat sich letztes Jahr echt ein toller Wettbewerb entwickelt. Und das wird wieder klasse. Den Gewinn übrigens bei den Trainern, der Name fiel eben schon von Andrea Sponbiel, Pavel Wovchenko aus Bremen-Mahndorf, der sicherlich Interesse hat, auch hierzu wieder zu gewinnen und 2.222 Euro extra Prämie abzuholen. Dafür muss man schon normalerweise im Rennen 22.222 Euro als Trainer reinholen, um mit 10 Prozent auf die Summe zu kommen. Also liebe Trainer, liebe Reiter, strengt euch an, liebe Trainer Nennt. Liebe Reiter, reitet schnell und gut und umsichtig und erfolgreich, damit ihr hier extra Gelder abholen könnt. Und da wir schon beim Thema Prämieren und Preise sind, Marina, du bist gerade so gut unterwegs, mach doch gleich weiter. Wie schaut es mit unseren Tagespreisen aus? Was haben wir zwischen zusammenbekommen? Wir haben ganz tolle Tagespreise. Letztes Mal habe ich das ja schon so ein bisschen angeteasert. Hier hinter mir stehen die tollen Ehrenpreise von Hein Bollo. Wir haben aber mittlerweile Freisprünge bekommen. Wir haben dank dem gespielten Erzählern wirklich, also das ist ja praktisch ein Wahnsinnspreis. Wir haben auch, und da möchte ich kurz zwei Sätze zu sagen, von sportwetten.de, dank pferdewetten.de tolle VIP-Pakete für Sportereignisse. Das kommt jetzt vielleicht erst mal so ein bisschen nebulös daher. Aber da lohnt sich definitiv, den einen oder anderen abzugreifen. Da verbirgen sich nämlich wirklich ganz tolle Erlebnisse hinter. Und wir haben ganz frisch aus Hoppelgarten eingetroffen. Ihr könnt da immer mal wieder nachgucken. Da tut sich natürlich ein bisschen was. Denn wenn man nachzählt, hat man zumindest gestern gesehen, dass wir noch nicht so viele Tages- und Wochenpreise haben wie den Spielwochen. Das heißt, da lohnt sich auch immer mal nochmal reinzuschauen, was da vielleicht dazu kommt. Also danke auch an Hoppelgarten für tolle Erlebnisse, die wir hier bekommen. Pferdetransporte im Wert von 500 Euro von White & Red Transport haben wir bekommen. Also ich bin selber super gespannt, was sich die ersten Tages- und Wochenzieger dann hier so rauspicken werden. Denn das ist das Verfahren, Marina, richtig? Genau. Also ich würde das Fleischpaket nehmen. Hubertus Diaz, Guido, das ist dein Freund. Hubertus Diaz, ein ganz toller Mann, der hier für im Wert von vielen hundert Euro Top-Rindfleisch-Qualität zur Verfügung stellt. Hubertus Diaz ist einer der ersten Stunden bei Wetten, dass dabei gewesen. Er ist bei Liberty Racing dabei. Er hat sehr viel Herz für den Galopp-Rennsport. Er ist Rinderzüchter von diesen extravaganten Rindern. Wagyu. Wagyu. Wir werden doch massiert, oder? Und ja, ich finde es toll, dass wir hier so spannende, spektakuläre, unterschiedliche Preise haben. Und ja, ich denke, dass das auch nochmal Motivation ist. Der Basissport ist gefördert durch die Aktion, die Marina vorhin vorgestellt hat. In den Viererwettenrennen, die Jockeys, die Trainer, aber auch der gesamte Basissport. Wir unterstützen die Rennvereine. Also diese Aktion hier hilft dem Rennsport an ganz, ganz vielen Punkten. Und die Ehrenpreise zeigen, der Rennsport hält zusammen. Und wie gesagt, wer noch spannende Preise für uns hat, für die Tagessieger, bei Marina melden. Sie wird das mit all ihrem Charme perfekt abarbeiten. Und man kann auch sagen, Lars, wir haben ja jetzt lange genug geübt mit der Viererwette und wer an die Tagessiegerpreise ran will, der muss wahrscheinlich, das geht wahrscheinlich nur über die Viererwette, sag ich mal. Ja, das werden wir sicherlich auch so machen, denn am nächsten Freitag, liebe Leute, notiert euch das. Entweder schaut ihr zu oder notiert euch das, dass ihr auf keinen Fall zuschaut. Wir werden uns nämlich wieder treffen am Freitagmittag und Freitagnachmittag, Freitagabend ausstrahlen unseren Videotalk mit einem Gast, den wir uns so überlegen müssen. Mal schauen, wer wir da haben. Wir haben noch keinen eingeladen. Wer will, kann sich auch bewerben. Ja, und spannende Rennen in Hoppegarten, sehr spannende Rennen. Ich habe mir das vorhin angeguckt, zwei top besetzte Listenrennen, top besetzte Handicaps und Marina darf auch in den Führring, aber sie kann nicht anreisen, habe ich gehört. Aber es werden spannende dreijährigen Rennen sein, wir werden gute Pferde sehen und ja, es wird spannend. Der Club Rosé läuft auch dieses Jahr mit am Sonntag. Die Marina kann ja schon mal was sagen zum Club Rosé hier. Wie sind die Chancen? Ja, wir sind natürlich das Träumer-Team. Wir haben jetzt so lange geträumt, also für uns wird es jetzt mal langsam Zeit. Unser Pferd sieht super aus, muss man sagen. Winning Warrior, ihr könnt es euch alle mal notieren. Bisher natürlich nicht nur sieglos, sondern auch noch nicht gelaufen, aber da können wir alle mal hinschauen am Sonntag. Also ich muss mal schauen, dass ich mein Team hier zur Verfügung gestellt, netterweise von Vetsa, mein Team Deutscher Galopp, ob ich das motiviert bekomme, da mal so all-in zu gehen beim Warrior. Okay, dann möge aus deinem Träumer-Team, liebe Marina, ein Traum-Team werden. Und ihr viel Erfolg haben mit Winning Warrior am Sonntag. Liebe Leute draußen, wir danken herzlich unseren 100 Mitspielenden, Einzelpersonen, Teams, Zweiergemeinschaften. Wir haben alles gebetet. Wir haben Wiederholungstäter teilweise zum dritten Mal. Wir haben Neulinge, über die wir uns ganz besonders freuen und hoffen, dass ihr viel Spaß habt, damit ihr auch irgendwann sagen könnt, jo, ich bin schon drittem Mal dabei in den kommenden Jahren. Und Lars Wilhelm, dein Appell und dann wird der Florian einen Abspann senden. Und mit dem Appell von Lars Wilhelm verabschieden wir uns bis zum nächsten Freitag. Ja, liebe Rennsportfans in ganz Deutschland, wir haben es geschafft. Wetten, dass 20.21 hat das 100. Team aus Bremen von der Galopp-Rennbahn. Am Sonntag geht es los. Ich freue mich riesig drauf. Es wird ein tolles Osterfest, auch in solchen Zeiten, denn Wetten, dass 20.21 startet. Schaut alle noch mal auf eure Wettkonten. Guckt, ob ihr genug Geld drauf habt. Guckt, ob ihr die Verifizierung des Spielerschutzes gemacht habt. Alles Dinge, an denen man Sonntagmorgen scheitern kann. Und dann ist man richtig frustriert. Heute ist noch Zeit. Anrufen bei den Wettanbietern, die Service-Hotline wählen. Gucken, ob das alles seine Richtigkeit hat. Insbesondere für Leute, die das erste Mal dabei sind. Aber der Formalismus, der interessiert mich eigentlich nicht. Wir sind mit Herzblut für Vollblut unterwegs. Und deshalb geht es auf. Auf geht's, deutscher Galopp. Wetten, dass 20.21, wir schlagen Rekorde. Die 118 fällt. Marina ist motiviert. Christian ist motiviert. Guido ist motiviert. Und ich bin auch motiviert. Auf geht's, deutscher Galopp. Danke euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020